Musik Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Ich will spielen! Los! Auf der Stelle! Du wach! Mann, mach ihn da! Ich will an den Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Ich will! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Positiv! Samstag, 2. Oktober. Zwischen den Zeiten von 2 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens. Es gab mehrere Berichte über einen einzigen Schuss aus einem Hotel. Die Bewohner des Hotels räumten schnell das Gebäude auf der Suche nach Sicherheit. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich sag's nicht noch einmal! 3. April Helen ist schwanger. Das haben wir nicht geplant. Aber ich werde es akzeptieren müssen, denn sie ist die Einzige, die ich liebe. Wir werden das durchstehen und werden bald verheiratet sein. Den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Starte das verdammte Spiel! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Ja, positiv! AUSSEN WEG! 17. September Wie ist das passiert? So war es nicht gemeint. Wir sollten heiraten und für immer zusammen sein. Aber jetzt ist sie weg. Warum konnten sie sie nicht reden, aber sie konnten das Kind retten? Sie war die Wichtige. Spielen! Du Wichser! Spielen! Ich will deine Bequielen! Ach! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Ich will нашаенная Bequielen! Ich will mein Urland-Sohn-Schick-Sacken! Ich will deine Urland-Sohn-Schick-Sacken! Ja! Ich drück mal vor. Starte! Das! Spiel du Hurensohn! Es wächst mir an! So, der Harknopf, als der Harknopf ist. Ist auch gut, so. So, jetzt mach ich euch voll fertig gewohnt. Geil nach! Er geht nicht! 21. September. Ich habe niemanden. Ich bin hier allein in dieser Dunkelheit zurückgeblieben, seine Schreie halten mich nachts wach. Warum wird es nicht den Mund halten? Bitte, mach den Mund! Einfach den Mund halten! Helen, wo sind Sie? Schnelles Start! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Aus den Weg! Was ist das denn?! Oh mein Gott! Was ist geschehen?! Ich lerne mich! Ich verspiele! Ahhhh! Ahhhh! Der, der, der Escape-Knopf fällt! Der Escape-Knopf! Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf?! 24. September. Endlich ist es still. Ich dachte, das würde mir helfen, aber ich kann immer noch nicht schlafen. Was habe ich gemacht? Mein Verstand ist ohne sie verloren, ich brauche dich helen. Ich hab die Schnauze voll! Ich hab die Schnauze voll! Ich komme für Sie. Ich komme für Sie. Muss meine Wasserhüter wachsen?! Aaahhh! Aaahhh! Ich bin ganzch support! Aaaahhh! Aaahhh! Ich bin ganz Frankly Unwork! Aaaahhh! Oahhh! Huahhh! 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 Spendest du ab! Spendest du! Eheheheheheheheheheheh Der Ragnarff als Ender Knopf ist! NIE! Ich bin tot in der Fassung! Ich bin tot in der Fassung! NIE! NIE! Ich bin tot in der Fassung! Schnell nicht! Ich bin tot in der Fassung! Ich will anruh die Tonne! Ja! Ich drück auf Feuer! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Ich bin tot in der Fassung! Ich bin tot in der Fassung! Ich bin tot in der Fassung und andere Rangt damit! 3, 2, 1, GO! Wow!